Wie fragil gerade die Bullen und die Bären vor allen Dingen hier am Markt unterwegs sind, das sehen wir beim DAX. Das ist der Index, den wir uns hier gerade angucken. Schaut euch mal die steilen Flanken an. Also auf beiden Seiten, so mehr oder weniger, gibt es so heftige Bewegungen. Das heißt, man denkt, ah super, der Preis ist nochmal günstig, jetzt kaufe ich ein. Kaum geht er nach oben. Oh, mit dem Willen, ich gehe lieber wieder raus, wer weiß, was da noch passiert. Also ihr seht das, was für ein Hin und Her. Also dieses ewige steile Flanken, ja zugegeben, dann zwischendurch gibt es dann eben diese typischen Verhaltensmuster mit dem A, B, C und danach nochmal die Fortsetzung. Aber es ist alles irgendwie nicht so richtig von Dauer. Und jetzt haben wir ja schon wieder diesen A, B, C hier, jetzt geht es nach unten. Das ist wieder der Hinweis für die Abwärtsseite. Vorsichtig, aber sehr weit weg, der Chance-Risiko-Verhältnis ist für einen Trade in der Regel nicht sinnvoll. Aber daran sieht man, ständig gibt es hier einen Richtungswechsel. Es ist noch keine Entscheidung da. Das heißt, man sieht das, man kann es greifen mit den Händen, dass die Marktteilnehmer einfach keinen Bock haben, um es mal lapidar zu sagen, sich endlich mal festzulegen. Nein, sie sind zu ängstlich, sie sind zu sorgenvoll. Aktuell letzte Situation beim DAX, scharf nach unten. Jetzt vielleicht gerade wieder mal A, B, C nach oben. Was das bedeuten könnte, könnt ihr euch vorstellen. Lassen wir das mal auf uns wirken, wie die Situation hier aussieht. Aber so richtig Laune im Sinne von, so, jetzt haben wir uns wieder festgelegt, jetzt legen wir da richtig los. Scheint man sich hier nicht zu haben. So, der Dow Jones im Future hier, ich habe hier nochmal bewusst die alte Zeichnung. Ja, so ungefähr scheint sich das Ganze jetzt tatsächlich zu ergeben. Also hier vorne die drei Wellen, die hatten wir schon 1, 2, 3. Dann hatten wir hier die vierte. Auch die war ja hier schon so ein bisschen A, B, C. Okay, und jetzt ist der Markt tatsächlich in dieser Fortsetzung unterwegs. Wir werden sehen, wie weit die trägt. Ich habe sie jetzt mal vorläufig bis hier irgendwo reingezahlt, 34.700. Das ist aber jetzt kein Versprechen, dass er das erreicht und auch nicht, dass diese Marke nicht doch überschritten wird. Das ist nur so eine Orientierung, so ein Indizien-Ding, wo man sagt, hier liegen so viele Widerstände noch rum. Hier ehemalige Hochs ja auch noch. Wir hätten die Fünffälligkeit. Mich würde es immer noch nicht wundern, wenn anschließend dann der Rücksetzer dann eben käme. Ihr seht das hier, dieses zappelige Runde. Aber ihr habt dann auch hier schon meine Zeichnung. Die Fortsetzung nach oben wäre ja sehr typisch. Der S&P 500, der ist weitaus weniger. Wenn man am 4-Stunden-Chart gucken bewegt, der hängt da so halbwegs fest. Der traut sich weder vor noch zurück. Da könnte man vielleicht sogar sagen, Mensch, ist das nicht eine A, B, C? Ja, dann wäre das hier der Trigger. Das würde zumindest bullische Bilder erstmal wieder kaputt machen. Also ihr seht, alles mit viel Unsicherheit aktuell. Aber die Marktteilnehmer zeigen es ja ehrlich. Also man sieht ja schon, wo die starken Seiten sind, wo die vielleicht vorrangig schwachen Seiten sind. Das kann man schon sehen. Aber wir sehen halt, wenn es so eine starke Abwechslung eben gibt und jetzt eine A, B, C, das wäre für mich ein möglicher Trigger hier für die Short-Seite. Ich befürchte nur, dass der Einstieg dann arg weit weg ist. Wenn ich hier unten erst reingehe von dem hoch, wo liegt denn das Tief? Ja, wahrscheinlich irgendwo hier unten drunter. Das wäre zumindest dann mal herzallerliebst. Ich kann es mal so ganz grob einzeichnen, so eine A, B, C, auch wenn sie sehr steil ist, mit einer nicht ganz unrealistischen Chance, dass der Kurs dann hier als nächstes von mir aus da nochmal unten durchgeht. Und dann hier so die Fortsetzung. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das geht. Dann wollen wir es ihm mal zutrauen. Aber dafür muss er erst hier durch dieses Tief durch. Also nicht jetzt im Vorauseilenden schon sagen, oh, du gehst doch hier schon Short. Denn wundern würde mich es in dieser Situation natürlich genauso wenig, wenn der Kurs jetzt hier einfach massiv weiter nach oben geht. Deshalb wichtig diese Trigger-Situation, dass man sagt, wenn schon A, B, C, dann aber abwarten, dass er das Zwischenhoch dann eben auch reißt. Ja, ob das jetzt im Kleinen ist, ob das im Großen ist, ist erstmal egal. Aber das wäre eben zum Beispiel diese Marke. Wer so lange nicht warten will, kann natürlich auch schauen, ob es das gleiche Szenario hier quasi gibt, wo man dann sagt, ja gut, dann gehe ich da halt in der Stelle rein und mache da den Short. Das würde natürlich grundsätzlich auch funktionieren. Über den Nasdaq müssen wir eigentlich kaum reden. Das ist mehr oder weniger das Gleiche. Er hängt hier hinten noch fest, also nicht irritieren lassen über die schnellen Bewegungen. Das ist jetzt hier mal bewusst, der 10-Tick-Chart, um zu gucken, was er denn jetzt hier im absoluten Nahkampf-Chart macht. Aber auch hier sehen wir so die letzte starke Abwärtsbewegung hier, oder die starke Bewegung, so muss ich es sagen, ist abwärts und verhältnismäßig wackelig hoch. Zugegeben allerdings bisher das, was er jetzt hier wackelig nach unten macht, auch noch nicht so wirklich überzeugend. Also viel Unsicherheit, was das angeht. Wir haben heute einen Trade im Trade des Tages vorgestellt, der inzwischen schon längst im Ziel ist. Also den habt ihr schon verpasst, wenn ihr euch noch nicht angemeldet hattet. Das war hier Euro gegen US-Dollar. Nicht immer, aber in bestimmten Situationen sind diese komischen Situationen hier, dass der Markt hier so ein bisschen einbremst. Man sieht das hier so halbwegs, die Bewegung, die lässt hier dann so halbwegs nach. Und dann explodiert er förmlich nach dieser Geschichte. Viele fragen sich immer, ja, aber da sagst du immer Long oder Short. Das ist doch völlig unkonkret. Ja, die Richtung ist uns völlig egal. Uns geht es um diese Preisdifferenz. Die wird häufig eben durchlaufen. Heute hat er es hier innerhalb ganz kurzer Zeit gemacht. Verlässt er die Range, dann eben ganz schnell eine Bewegung. So was kündigen wir unter anderem im Trade des Tages eben an. Deshalb meldet euch an. Es ist kostenfrei. Da habt ihr die Information dann direkt auf den Tisch. Und damit ihr auch benachrichtigt werdet, damit ihr das rechtzeitig mitbekommt, dann ist das mit der Anmeldung ganz wichtig. Dann kriegt ihr einen kurzen Hinweis, dass da was in Busche ist und wir da unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken angeben. Also nicht jetzt von diesem einen Trade überzeugen lassen im Sinne von, ah, guck mal hier, der war jetzt positiv, die machen immer nur Plus. Nein, auch da gibt es natürlich Negativ-Trades. Aber die Summe der Trades, die ist eben spannend genug, dass ein Überschuss übrig bleibt. Und deshalb wert, dass wir uns das Ganze mal angucken. Also meine Einladung an euch. Es ist kostenfrei. Meldet euch hier zum Trade des Tages an. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das dann rechtzeitig mitzubekommen. So, also in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, viel Erfolg an den Märkten. Wir hören uns in Belde wieder. Bis dann, macht's gut.